HUNGRIER HUNGE Monte liebt Trimax Schauen wir uns gleich an Und wir machen es so Leute Jedes Mal wenn ich gleich lachen muss bei diesem Video Das Video geht 8 Minuten, perfekt Das ist auch gut, aber dann müssen wir hier irgendwie 3, 2 Videos angucken Dann werden wir wunderschön, jedes Mal wenn ich lachen muss, eine Tomate essen Ich hab gute Laune, ne, ich hab Lachlaune, ich hoffe ihr auch Einziges Problem ist, ihr wollt mir sagen, Tomaten sind nicht giftig Leute, das, das hab ich mir heute gekauft Wie sieht denn diese Tomate bitte aus? Was ist das für eine ekelhafte Tomate, Leute Die war in meinem Essen Gumm was den Leuten verkauft wird hier So eklig eingeknetschte Tomaten Wir fangen jetzt an mit dem Format Wer lacht, ist eine Tomate Ihr wisst, Tomaten sind mein absoluter Ernstfein Ich frage dich jetzt persönlich, jeden einzelnen von euch Ich frage jetzt zum Beispiel Thomas, ich frage Son Goku, ich frage Mila Magst du Tomaten? Ja oder nein? Schreib es mir in diesen Twitch-Chat sofort Stimme mir entweder zu oder du hast gebantert, als wenn du Tomaten magst So, zeigt mir was ihr könnt, ihr Schweine Zeigt mir was ihr könnt Die Anu und Suppe Was? Ach komm, ne, mit dem Marriage-Trek kann man nicht kommunizieren Natürlich nicht Philipp, komm auf meine Seite Ich sehe aber viele Ja's Okay, so Leute Jetzt an jeden, der sagt Du übertreibst voll die Sass Welches Essen verachtest du? Schreit mir in den Chat Weil ich finde Tomaten sind die Sachen nicht übelst verachtlich Ich finde Tomaten widerlich Und stellt euch dann mal vor Ihr müsst diese essen, nur weil ihr lacht Dann wisst ihr, wie ich mich gleich fühlen werde Schreibt mir mal gerne in den Chat Ich will kurz lesen Zucchini, Tomaten Ja, das will ich doch gerne lesen Brokkoli, Blumenkohl, Sushi Alter, Sushi machen wir morgen, Alter Was ist das? Bro, willst du mich eigentlich ficken, oder was? Was ist das denn, Alter? Wie schlecht? Oh Gott Als Koch hätte ich eine 6, Mann Wie kacke Ach Gott, ey, nein Lasagne? Nein! Philipp, ich glaube, wir sind Friends Meerrettich So, folgen wir an, Leute Wenn ich lachen muss, esse ich eine Tomate Inskopf sehe ich dann Okay, ich bin stark, Leute Ich werde nicht lachen Reicher, Hugo Trimax ist unfair Trimax-Fresse ist eine unfaire Sache, Leute Eine unfaire Sache ist Trimax Bruder, du siehst doch knuffelig aus Ja, stimmt Aber beim Essen bricht das Eis Ein Dürren für mich So, ich hab zwei Oh Gott, warum ist Trimax sympathisch? Warum bist du sympathisch? Boah, das ist ein Bär, wie geil! Okay Ich glaube, Easy kennt keiner, weil das lazy heißt Ich bin kinder, bevor ich die ghoste habe Oh, shit, Alter Oh, shit, Alter Oh, shit, Alter Oh, mein Gott, hat man den getötet, Alter So, meine erste Tomate seit 23 Jahren So Ah, ah, ah Was war das denn? Wo bist du? Ihr habt gedacht, ich bin tot, ne? Oh, mein Gott Österreich Wie Österreich? Was? Nein Das ist jetzt nicht sein Ernst Österreich Es war, es ist schweiz Nein Oh, nein Nein, das ist doch Norwegen, Mann Was? Nein Dänemark Fünf- bis sechsstellige Monat Hab ich gerade Norwegen gesagt? Hä, ist doch Norwegen gewesen, oder? Ey, echt? Das war doch Norwegen, oder? Muss jetzt noch Tomate essen? Ich habe wegen mir selber gelacht, nicht wegen dem Clip Oh, Gott, ich brauche einen Krankenwagen Ja, wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Ja, auch ganz gut, ne? Und selbst? Ja, ja, alles gut Ja? Wie Putin auf ein Tor reagiert Keine Emotionen, okay? Wo ist es? Angela Merkel Hey Wenn um 22 Uhr noch mal eine Lightning Round kommt Gibt es im Februar ein 12-Stunden-Stream von mir Sie kam? Ja, die zwei war sowieso nicht, Digga Ja, korrekt Sehr korrekt Ich mach ihn einfach nicht, Digga Fuck, alle guten Spieler wechseln Wir brauchen einen Plan Die haben ja, ehrlich, so eine ganz nette Trainerin mittlerweile, die BVB-Spiele Alter, wie krass hat er da bitte gegeiert? Merkelmutti gibt ein Fake Dieses Land eine tiefe Depression versetzt Das waren sie, Frau Merkel Sie mit ihrer Oh, scheiß sie einfach drauf Aber gefiel das wirklich noch zum Wohle des Volkes Chat, alles entspannt, aber schreib nicht die ganze Zeit, wie viele Zuschauer gerade zuschauen Das ist doch scheißegal 168.000 Zuschauer Sagt eurer Familie Bescheid Ich hab heute nicht Oh, Gott, ey Ganz ehrlich, die Clips sind so gut Ich würde einfach gerne mal lachen Ich scheiß auf euch, Tomaten Fickt euch Ich will einfach nur Spaß haben und lachen gerade Einmal auf die Zuschauerzahl geachtet, Chat Weil es nicht relevant ist für mich Platz 1 weltweit als deutscher Als erster deutscher Streamer International Oh, Montez Yo! Papa Plata ist short? Really? What? Papa Plata ist tiny as hell, bro Wait, he's gotta be like, what? 120 cm? Dieser Typ ist gerade verarscht Er sagt gerade Er ist 1,20 Meter, wie kann man so übertreiben Er ist short, bro On me? Er würde, he würde, he würde be like, right here He würde probably be like, right there Hallo? Hey! Den kenn ich noch! Ey, den kenn ich noch! Der Typ ist richtig geil! Ey, das ist ein richtig nicer Typ! Was hat er gemacht? Ah, ich komme sofort runter, dankeschön Oh nein! Der Fettzack, Digga! Ey, what the fuck! Ey, da esse ich gerne die Tomate, wisst ihr? Darauf esse ich gerne die Tomate, wenn ich mich selber da sehe, einfach Oh Gott! Oh Gott! Ey, das ist ja wirklich eine Ehekraftigkeit, ne? So Weiter geht's Was glaubt ihr, wie alt die Musik wirklich ist? Denkt mal drüber nach Die Musik existiert schon länger, als es die Menschen gibt Oh, Drachenlord Da muss ich lachen, da muss ich auch weinen, Alter Man ist sauer, weil er auf die Bahnhofswache gebracht worden war Ich hab gar nichts gemacht Ich hab gar nichts gemacht! Nur eine Bier getrunken Gar nichts! Für uns zu kochen Oh Gott, Digga! Ja, stark, Alter! Oh mein Gott! Wow! Was soll der tun? Mach schnell hoch! Wow, wow! Digga! Boah, Scheiße! Oh, auf, boys! Oh Gott! Ich muss in der Tastler Weil mein Vater macht auch immer so gruseliges Essen, Leute Mein Vater macht Essen Das sieht aus wie Knastessen Also wirklich, als ob er im Knast Koch wäre Oh, das war ganz schwierig Phase 1, begrüßen Ich hoffe, euch geht's gut Mal moin Willst du auch mal hallo sagen? Ja, moin Ich bin auch groß und stark Ah Ja Ja Zwölf Stunden stream Oh nein, der Allmander! Warum sag ich denn so? Das hab ich jetzt schon öfters gesehen Dass irgendjemand bei einer Schlägerei Einfach dem anderen einen Arschbohrer gegeben hat Das ist mein Kollege Ach du Scheiße Aber der ist seit 2017 auch da los Ey, wie arschig! Wie das jetzt, äh, Papa Platte gemacht hat oder ich auch So ein 72 Stunden Stream mit einem Stream-Pen Was sagst du dazu? Oh, okay Oh, okay Ey, es ist verklagt, Alter Ich esse eine Tomate, okay Ich weiß nicht Ich schreibe mir jetzt wieder drei rein Ein, halb Aber wenn ich jetzt umfallen sollte, Leute Wenn ich jetzt wirklich umfallen sollte Bitte ruhst einen Krankenwagen, okay? Ah, Tomatensuppe Ah, ah Schule, präsentiert von YouTubern Die Jungs, die 30 Minuten zu spät kommen Der Schleger Ey, das macht mich gerade verrückt Der Typ, der nur Scheiße war Das hat sich ein Taggerutsch, Alter Ich hab seine Mutter ge... Oh Gott, ich sterbe gerade Das ist so gut Das ist so gut geschnitten Raus hier A-Quadrat gleich Huren Ach, Quadrat gleich Huren Wer noch einmal lacht, geht vor die Tür Ich? Wow Real Talk, das war so gut Ey, das war so geisteskrank Gut geschnitten, ne? Ey, Leute, das war wirklich Real Talk so geisteskrank Gut geschnitten Ich fass es nicht, wie gut geschnitten das war Rafael Einde asti Einde Im 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 Untertitelung des ZDF, 2020